Wir sind hier auf dem Tunneldeckel der B31, der eigentlich sofort nach Fertigstellung der B31 mit der Straßenbahn belegt werden sollte. Die ist auch fertig geplant, vermessen, alles genehmigt. Es fehlt nur noch die Ausführungsplanung. In einem halben Jahr könnte man diese Straßenbahn bauen. Es wäre eigentlich das ideale Schubladenprojekt, das man rausziehen könnte, was jetzt das Konjunkturprogramm betrifft. Die wichtigste wäre die Verknüpfung hier mit dem Bahnhof, mit der Höllentalbahn. Da muss man ja im Moment noch 400 Meter runterlaufen zur Straßenbahnhaltestelle, Endhaltestelle, Lastbergstraße. Dann wären hier auf dem Tunneldeckel weitere Stationen, eine an der Römerweg, Römerstraße, etwas weiter als dieses Häusle da. Und dann eben am Endstation nochmal eine an der Endschleife. Das Wichtige hier wäre halt noch, dass es dadurch zu diesen Haltestellen Bahnübergang gäbe, sodass diese Trennwirkung der Bahnlinie, die Littenweiler wirklich in nördlich und südlich teilt, mehr aufgehoben würde.